Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, dass man das macht, wofür man denkt, dass man auf der Welt ist und das möglichst gut macht und dass viele Menschen einen positiven Benefit daraus haben. Das ist jetzt zum Beispiel mein Sinn des Lebens. Und dass man möglichst viele Leute beeinflusst und auch eine Schule hat. Oder wenn man eine Familie hat, hat man ja auch schon eine Schule. Und ich glaube, der Sinn des Lebens ist, dass man seine Familie ermöglicht, zu gedeihen und denen Gutes mitzugeben.